Musik Herr Dr. Möhlan, bitte beschreiben Sie Ihre Studie über Wissenstransfer per Apps. Wir führen eine Studie vor, schon seit etwa zwei Jahren, die sich mit den Ambivalenzen des Wissenstransfers bei digitalen Gesundheitsanwendungen beschäftigt. Und wir fokussieren dabei auf die Anwendung von niedrigschwelligen Gesundheits-Apps, loten da im Grunde die Ambivalenzen aus zwischen Chancen und Risiken und zwischen Zielkonflikten, könnte man sagen, lassen dabei auch nicht die Potenziale außer Acht. Also überall dort, wo sich die Untersuchung auf den Wissenstransfer richtet, machen wir das nicht nur im Hinblick darauf, welche Probleme, Ambivalenzen ergeben sich daraus, sondern eben auch, welche möglichen Potenziale lassen sich daraus ablehnen. Welche signifikanten Ergebnisse brachte Ihre Studie im Hinblick auf die Nutzung von Gesundheits-Apps? Also wir sind im Moment natürlich noch im Prozess, insofern kann man von belastbaren Ergebnissen nur eingeschränkt sprechen, aber man kann schon von ersten Einsichten sprechen in jedem Fall. Was man sieht, ist, dass ein Großteil der Anwendungen, die im Kontext Health-Apps, Gesundheits-Apps laufen, eigentlich auch ohne Beteiligung von Professionellen, also von Gesundheitsprofessionellen entwickelt werden. Dass das Eingangstor, wenn man so möchte, für die Nutzung dieser Anwendungen, die häufig einfach nur die App-Beschreibung darstellen, die aber von der Kommunikationsform so zwischen Werbung und Gebrauchsanweisung changieren. So, und sodass man hier einen besonderen Fokus darauf haben kann, auf die Analyse dieser Aspekte, wie sich der Wissenstransfer schon mal dar darstellt, ob das eher einen Werbecharakter hat, ob das noch einen Informationscharakter hat. In Bezug auf die Potenziale kann man feststellen, und das zeigen ja viele andere Studien auch, dass mit Blick auf den Wissenstransfer, dieser Wissenstransfer selten auf Grundlage von Modellen, also sagen wir mal wissenschaftsbasiert, durchgeführt wird. Das heißt, hier schlummert sicherlich ein Potenzial gerade für diejenigen Entwickler, die etwas wissenschaftlich basierter entwickeln möchten, denn ich denke, nur unter Berücksichtigung von verhaltensbasierten Modellen hat man auch die Chance, eine App so zu entwickeln, dass sie auch auf das Verhalten der Nutzer, was ja schlussendlich auch maßgeblich sein sollte, eine Auswirkung haben soll. Ein anderer Aspekt, der uns aus unserer Sicht noch ein Stück weit unterbelichtet zu sein scheint im Hinblick auf die Potenziale des Wissenstransfers, ist in jedem Fall die Frage, inwiefern Wissen auch als Outcome qualifiziert werden kann, also als ein Zielkriterium. Die Diversität der Anwendungen ist sehr groß, aber die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Konstrukt wie Gesundheitskompetenz, ein anwendungsübergreifendes Zielkriterium zu schaffen, was dann natürlich je nach Indikationsbereich adaptiert werden müsste, scheint uns viel Potenzial zu bieten. Und vor allem auch Potenzial vor dem Hintergrund, dass es gut definiert ist, dass es messbar ist und dass es auch politische und wissenschaftliche Bemühungen gibt, Gesundheitskompetenz, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung im Allgemeinen zu erhöhen. Und da wären sicherlich solche digitalen Gesundheitsanwendungen ein guter Weg dazu. Die Frage, die im Raum steht, ist ein Stück weit, inwiefern so eine Gesundheitskompetenz nicht nur Ergebnis einer solchen Anwendung sein ist, sondern bereits eine gewisse Voraussetzung bietet, also zumindest in Form einer sogenannten digitalen Gesundheitskompetenz. Die muss sicherlich ein Stück weit auch vorhanden sein, um überhaupt den potenziellen Nutzer an die Anwendung zu bringen. Was lässt sich über die Einhaltung von Qualitätsstandards bei der Entwicklung von Apps aussagen? Ein großes Thema, was jenseits unserer eigenen Forschung steht, ist natürlich die Abwägung der Chancen und Risiken, insbesondere mit Blick auf die Sicherung der Qualitätsstandards. Da gibt es viele Initiativen, insbesondere ist dazu erwähnt, der Bericht, der ins Bundesministerium für Gesundheit vorgelegt wurde, vom Charisma-Projekt, was von Herrn Urs Vitor Albrecht von der Uni Hannover vorgelegt wurde. Hier ist sehr dezidiert, sehr umfassend elaboriert, dargelegt, welche Qualitätsstandards fehlen, welche Vorschläge gegeben werden können. Und hier ist ja auch von EU-Seite inzwischen Initiativen erkennbar, die auf die Regulierung abzielen. Also hier ist sozusagen ein Stück weit Land in Sicht, was eine mögliche Zertifizierung oder die Etablierung von Qualitätsstandards angeht. Ein zweiter Punkt, auf den ich noch zurückkommen möchte, ist, dass sich unser Forschungsprojekt ganz maßgeblich auch mit den Ambivalenzen beschäftigt. Man kann die Ambivalenzen ansiedeln zwischen Chancen und Risiken, aber man kann die auch ansiedeln in Bezug auf die Praktiken selbst, die vermittelt werden. Nämlich mit der Frage, ist denn eine Selbstvermessung immer etwas, sagen wir mal, normativ wünschenswertes? Oder kann die nicht auch ein Stück weit in Richtung Selbsterschöpfung gehen? Also sozusagen zu reflektieren darüber, welche Ambivalenzen tun sich hier auf bei unterschiedlichen Praktiken. Also das kann, ich hatte das auch in dem Vortrag erwähnt, das kann sich zum Beispiel auch um die Frage gehen, bin ich eigentlich noch Herr meiner eigenen Daten? Oder bin ich nicht vielmehr Sklave meiner eigenen Daten, um das etwas poetisch oder prosage zu formulieren? Oder bin ich denn tatsächlich Herr meiner Daten in dem Sinn, dass ich noch Kontrolle darüber habe? Oder haben nicht ganz andere Menschen Kontrolle über meine Daten, wovon ich gar nicht sage? Das sind Ambivalenzen, die sich jedenfalls nicht nur bei Apps, sondern bei digitalen Gesundheitsanwendungen im Allgemeinen auftun. Welche Zukunftsperspektiven ergeben sich? Was ist Ihre Handlungsaufforderung? Die Zukunft sehe ich eben vor allem darin, dass Qualitätsstandards verbindlich festgelegt werden, die auch für jeden Laien und auch für professionelle Anwender die Qualität transparent machen. Das kann sozusagen nicht nur in der Selbstverantwortung der Entwickler liegen, sondern da muss, glaube ich, mehr Verbindlichkeit hergestellt werden, Transparenz hergestellt werden, sowohl in Bezug auf Datensicherungsstandards als auch auf die wissenschaftlichen Standards in Bezug auf die Wirksamkeit der Anwendung. Und dafür hatte ich ja bereits auch Empfehlungen gegeben, wo ich auch konkrete Möglichkeiten sehe, in der Entwicklung der Apps, nicht nur sozusagen in der Wirksamkeitsprüfung, sondern eben auch in der Möglichkeit, bereits im Stadium der Entwicklung dieser Apps wissenschaftlich fundierter vorzugehen. Das macht echte Zukunftspersonal. frames im consumption indem Karaier hier geradeaus weiterentwickelt. Es hat auch wichtig, dass Krisenkoch credibility stellt. Von von PS Show, wie betrekt sich bei Geschäftet junglich. Aha TS CV 1 3 1 21 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1